Hallo ihr Partyschlampen, hier ist euer CPU. Heute mit einem Setup-Video. Hier seht ihr meine Hauptauge HDV-PR, Xbox 360 und mein Tuttle BeachX 41 Hz. Meinen PC von HP mit einem Intel Core i7 Prozessor und 8 GB RAM. Links der Subwoofer des 2.1 Wabemaster Soundsystems. Das ist ein 26 Zoll LCD Fernseher von Toshiba aus der Rexha Serie. Ein 23,6 Zoll Full HD Monitor, eine Wireless-Tastatur mit Maus von Chirik, zwei Boxen des Sun-Systems und rechts eine riesige gläserne Notizette. Bis die Tage. Umshot Freude Sprein Pro姐 Skrein Boss Sprein Sprein